Als Self-Publisher, auch insgesamt als Autor, aber vor allem als Self-Publisher musst du dich permanent weiterbilden. Du musst immer auf dem Laufenden bleiben und kannst eigentlich nie alles gelernt haben. Für mich sind die interessantesten Quellen die Erfahrungsberichte von Leuten, die das Ganze schon viel länger machen oder einfach andere Erfahrungen gemacht haben, als ich es bisher gemacht habe oder auch die gleichen. Und insbesondere folge ich diesen Leuten gern auf YouTube, weil ich es total cool finde, die Gesichter dazu zu sehen, die Mimiken. Vermutlich bist du aus genau diesem Grund hier, weil du es genauso gerne magst wie ich. Es gibt unzählige richtig gute YouTube-Kanäle von Autorinnen und Autoren und ich möchte dir heute einfach meine 10 Liebsten vorstellen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, hinter den Worten. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Ganz herzliches Willkommen. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick auf Abonnieren und wenn dir die Folge gefällt, gib mir gern einen Daumen hoch, kommentiere. Und wenn es nur deine Lieblingsfarbe ist, es hilft mir enorm, meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Und ich bin dir mega dankbar für jede Interaktion und jede Nachricht. Okay, ich will das richtig schnell machen und vielleicht werde ich den einen oder anderen YouTuber mal dazu bekommen, mit mir in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal zu sprechen. Ich finde es mega toll. Aber ich möchte, dass du dir auch deine eigene Meinung bildest, denn nicht jeder kann mit jedem etwas anfangen. Die Kanäle, die ich rausgesucht habe, die mich besonders inspirieren, sind sehr unterschiedlich. Es sind fünf Deutsche und fünf Englische und ich fange jetzt einfach an. Der erste ist Laura Newman Books. Laura Newman hat zwei Kanäle und auf dem einen hat sie unfassbar coole Self-Publishing-Tipps, die mir vor zwei Jahren, als ich ins Self-Publishing gegangen bin, sehr geholfen haben beim Start. Leider postet sie dort nicht mit allzu viele Videos, aber die Videos, die sie gepostet hat, sind auf jeden Fall super wertvoll und ich kann dir sehr empfehlen, mal reinzuschauen. Laura ist super sympathisch, super real und es macht einfach Spaß, ihr zuzusehen und man lernt wirklich viel, weil sie sehr professionell ist. Okay, Nummer zwei habe ich gerade erst entdeckt, ist Julia K. Stein. Sie ist super witzig, besonders auf Instagram liebe ich ihre Reels, habe schon viel mit ihr lachen können und habe dann jetzt aber ihren YouTube-Kanal entdeckt und finde ihn so super informativ und sie hat so viele Themen dort abgedeckt. Sie ist eine gestandene Autorin, die ihr Wissen teilt. Unfassbar cool. Nummer drei, Jackie Wellgut hat auch zwei Kanäle. Der Self-Publishing-Kanal oder der Kanal, wo es ums Schreiben geht, lautet Schriftsteller werden. Sie ist eine Feststelle, eine Feststellgröße, sie ist eine feste Größe in der Self-Publishing-Welt und ich kenne sie auch persönlich und ich finde auch, sie ist super sympathisch, sie hat super tolle Tipps. Ich liebe ihren Blog, den habe ich auch vor zwei Jahren rauf und runter gelesen, weil sie einfach so viele coole Tipps darauf hat. Nummer vier vom Schreibenleben von Annika Bühnemann, ebenfalls eine Ikone im deutschen Self-Publishing, die wahrscheinlich jeder kennt, der sich mit dem Self-Publishing beschäftigt. Auch sie hat immer richtig tolle Tipps, auch auf ihrem Blog. Was ich bei ihr besonders cool fand, sind die Videos, wo sie zeigt, wie ein Lektorat durchgeführt wird, weil man da für sich selbst, für die Überarbeitung der eigenen Bücher unheimlich viel rausholen kann. Nummer fünf ist Tom Oberbichler, den ich tatsächlich vor allem als Podcast höre. Er hat immer sehr, sehr spannende Interviewpartner. Die Interviews ziehen sich nicht so in die Länge, sie sind gut strukturiert. Und er kommt eigentlich aus dem Non-Fiction, aus dem Sachbuchbereich, hat aber auch ganz viele, hat so eine Serie zum Beispiel von Romanautoren lernen und insgesamt viel zum Thema Marketing. Er ist sehr aktiv im Self-Publisher-Verband und ist einfach eine unfassbar große Wissensdatenbank. Jetzt fällt mir gerade noch ein, wen ich vergessen habe, aufzuschreiben. Und zwar sind das die Schreibdilettanten, die ich ja schon oft erwähnt habe, Markus Johannes und Axel Hollmann, die seit, ich glaube, inzwischen fast 500 Folgen einen YouTube-Kanal haben, in dem sie miteinander über das Schreiben reden. Und auch dort unfassbar viele Tipps, insbesondere, also ganz besonders durch ihre Erfahrungswerte teilen. Super spannender Podcast. Okay, damit sind wir jetzt bei Nummer sieben, dem ersten englischsprachigen. Und der ist von Sarah Cannon, die auch einen Autorenkanal hat, aber mit ihrem Kanal Heart Breathings einen unfassbaren Schatz an Wissen teilt. Also sie ist seit inzwischen neun Jahren oder zehn Jahren Self-Publisherin, hat über eine Million Bücher verkauft, ist, ja, super erfolgreich und bringt auf ihrem YouTube-Kanal anderen Leuten bei, einerseits, wie man Bücher schreibt, aber andererseits, und das habe ich insbesondere von ihr gelernt, wie man sich organisiert. Und von daher eine riesen Empfehlung für diesen Kanal, wenn du Englisch sprichst oder Englisch verstehst. Dann mein geliebter Marge Dawson, den ich ja an jeder Stelle gerne nenne, mit dem Self-Publishing-Formula-Podcast und YouTube-Kanal, wo er mit James Blatch zusammen den Weg eines neuen Autors bekundet. Und auch dort findet man unfassbar viele tolle Interviewpartner, die so viel Mehrwert einem selbst bringen, weil sie uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Der nächste ist The Creative Pen. Auch sie höre ich vor allem als Podcast. Joanna Pen ist eine Ikone im Self-Publishing. Sie kommt aus Großbritannien, wie auch Mark Dawson. Und sie hat, ich weiß es gar nicht, ich glaube mindestens elf Bücher zum Thema Self-Publishing geschrieben. Auch sie hat richtig tolle Interviewpartner, was ich aber in ihrem Podcast, und man kann es auch als Video sich angucken, richtig toll finde, ist, dass sie sehr zukunftsorientiert ist. Sie probiert immer viele Sachen aus. Von ihr habe ich zum Beispiel das Diktieren übernommen von allerdings immer noch bisher nur Blog-Inhalten, Blog-Artikeln und solchen Show-Notes, wie jetzt zu dieser Podcast, zu dieser Folge, Podcast, Video, Dingsbums. Und mega, mega guter Podcast. Dann Alexis Donne, heißt sie, glaube ich, Alexa Donne, Alexa Donne, Donne. Sie ist einfach so witzig. Ich liebe ihren YouTube-Auftritt. Er ist super professionell. Sie sieht toll aus. Also besonders auch von den Videos her. Es ist unheimlich inspirierend, ihr zuzuhören. Sie hat einen riesengroßen Mund im Sinne von, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Es passt keins drauf. Sie redet einfach Klartext und hat echt coole Sachen zu sagen. Also auch bei ihr habe ich schon unheimlich viel gelernt. Dann den Kindlepreneur. Hier geht es vor allem ums Marketing und darum, wie man gute Bücher schreibt. Kindlepreneur, die haben Publisher Rocket rausgebracht. Das ist eine Software, mit der man Keywords raussuchen kann. Aber die Wissensdatenbank ist auch richtig cool. Und dann noch ein kleiner Bonus-Tipp, den man mag oder nicht mag. Und zwar ist es Self-Publishing with Dale. Und der Tipp ist ein bisschen crazy. Die Videos sind ein bisschen crazy. Manchmal sind sie ein bisschen oberflächlich und ein bisschen zu sehr gepitcht. Also der Inhalt kommt nicht immer dem Titel gerecht, wird dem nicht immer gerecht. Aber es sind immer irgendwie Tipps drin, wo man so denkt, ja oder stimmt, habe ich ganz vergessen. Also es ist als Bonus-Tipp auf jeden Fall auch zu empfehlen. Okay, das waren meine, ich glaube, inzwischen waren es jetzt zwölf Tipps für richtig gute YouTube-Kanäle, für Self-Publisher und Autoren und alle, die Bücher schreiben wollen. Kennst du einen oder alle dieser Kanäle? Wenn ja, welcher gefällt dir am besten? Magst du es überhaupt? Ja, offensichtlich, weil du guckst ja dieses Video und hast es bis hierhin geguckt. Und da magst du es wahrscheinlich schon, wenn über YouTube oder Podcasts dir Wissen auf diese Weise oder über das Schreiben vermittelt wird. Aber welche Kanäle hörst oder schaust du dir an? Poste sie in den Kommentaren. Ich bin mega gespannt, entdecke unheimlich gerne neue Kanäle. Ich finde, gerade im deutschen Bereich fehlt es tatsächlich an Vielfalt. Und wenn du noch weitere kennst, bitte, bitte, bitte erzähl sie mir. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Auch auf das kleine Klingel-Symbol, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video rausbringe. Also das gilt natürlich nur für YouTube. Ich freue mich mega, dass du bis hierhin geschaut hast oder gehört hast. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.